Ja, liebe Freunde von Sonne International, so geht es hier in einer Schule im Dinko Parazum. Wir sind hier an der Grenze zu Myanmar in Bangladesch. Sonne hat seit 20 Jahren 20 Schulen, die wir hier betreiben, für insgesamt 1.300 Kinder. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt bzw. dass ihr uns unterstützen wollt. Die Herausforderung für eine kleine Organisation der Sonne ist jetzt enorm, dass wir diese Schulen schon so lange in Laufen halten. Aber wenn man bedenkt, dass dadurch 1.200, 1.300 Kinder etwas aus ihrem Leben machen können, dann macht es auch voll Sinn, dass wir uns dafür einsetzen. Und das ist natürlich nur möglich, wenn sie uns dabei unterstützen. Also ganz vielen Dank dafür. Ihr seht, die Kinder sind alle sehr motiviert. Sie geben ihr Bestes und die Eltern sind froh, dass ihre Kinder endlich in die Schule gehen dürfen und so ein besseres Leben in Zukunft haben werden als sie selbst. Also vielen Dank, liebe Grüße. Euer Erfret Malle von Sonne International aus Österreich.